Seht ihr ihn schon? Ne Ja nur Ah direkt da unten Ja doch ich sehe ihn Fliegt hier nach oben Denke ich glaube ich gerade es wurde ein Zombie abgeschossen Hat jemand mit der DMR geschossen? Nein Ich geh mal hoch Da unten könnte glaube ich noch einer sein Mal weiter nach unten ob ich jemanden sehe Ich geh mal hoch gucken wegen dem Heli ob ich den rauskriege Er hat auch wieder Zombies Jetzt ist noch ein Zombie da im Camp drin Er landet hier oben Lauf doch schneller berghoch man Bei mir ist ein Zombie Das liegt jetzt aber weiter oder? Ach ne Der hovert über mir Ja da sehe ich schon wieder ob du merkbar gemacht hast über Zombie Ich kann ihn halt nicht rausschießen so wie er hovert Ich kann ihn halt nicht rausschießen so wie er hovert Jetzt fliegt er wieder weg scheiße Er hat mich halt gesehen wahrscheinlich Jetzt unten hin Jetzt unten hin Auch möglich Ich glaube er fliegt wieder komplett weg Wohl Ich glaube der will unten hin Wenn er jetzt stehen bleibt Können wir ihn raus snipen Wenn er jetzt stehen bleibt Können wir ihn raus snipen Ja komm bleib stehen Bitte bitte Na nur mal stehen bleiben Fliegt doch nicht so langsam rum da man Der rumfliegt Der rumfliegt Jetzt noch nicht dann ist er wieder Der überfliegt nur und guckt auf da was ist Ne der geht runter glaube ich Der ist alleine da drin Er hat grünen Gilly an Das macht er man So rum sie beim Piloten nicht Ey jetzt fliegt er wieder weg Ne 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 Landet außerhalb oder? Grät nochmal Er ist sich glaube ich noch nicht so richtig sicher was er machen will Guck vielleicht erstmal wie man da ist Na dann müsste hovern dass man schießen kann Warum sollte er das tun? Guck mal Getsla Er bewegt sich immer noch Er bewegt sich immer noch Ich glaub der will dass auf ihn gesnipert wird Was ist mit ihm? Jetzt steht er Oh den hast sie getroffen Dreimal viermal Was? Ich hab keine Nachricht 13 Sekunden ich hab Disconnect Er piept er piept Er piept Jetzt bin ich wieder da Du hast ihn drei viermal getroffen Du hast ihn drei viermal getroffen Du hast ihn drei viermal getroffen Jetzt hab ich ihn Nice Position wechseln Ich hab das auch noch mal getroffen Ich hoffe doch mal Ich hoffe doch mal Ich bin jetzt ein事